Handelsunternehmen haben schon eine Präsenz im Netz und sind natürlich in vielen Prozessen digitalisiert und Handel ohne Digitalisierung ist nicht mehr möglich. Unsere Überzeugung als Handelsverband ist, dass wir jedem Kaufmann raten, dass er sich diesem Thema widmet, unter anderem, dass er natürlich im Netz präsent ist. Und wir sind, was stationären Handel angeht und digitaler oder sogenannter Distanzhandel, E-Commerce, völlig offen, nicht nur das, sondern wir fördern das und sagen, das wird die Handelswelt extrem beeinflussen.